Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei der nächsten Folge Jagged Alliance 3. Oh, sehr gut. Da komme ich schon auf den Sanitädo. Da spare ich mir nämlich die Bewegung mit dem Kollegen Steroid. Also, letzter Akt hoffentlich heute, was diesen Sektor betrifft. Das war fast so gut, als ich es gemacht hätte. Sehr gut. Alter, was du jetzt tun? Lali-Li-Waylander. Ein Zebra. Keep it in real. Keine Sicht. Oh, was? Irgendwas hat da im Weg gestanden. Äh, warum hilft dir mir eigentlich nicht? Ready. Frag mal. Frag so blöd. Okay. Aufstehen. So, ist nix. Ah, der Präzisionsschütze. Der ist natürlich super. Ist auch zu weit weg. Irgendjahr. Aber den kriegen wir zumindest mal ein bisschen angeschaut. Position, um zu schütteln. Na klar. Boah, schaffen wir das? Nein, schaffen wir nicht. So weit weg. Yes? Ready to shoot. Oh, ja. Alter. Warum? Alter. Waaack! Oh Gott, Alter. Das macht mich fertig. Warum? Kriegen die denn manchmal so ne Unterbrechung? What do you want? Steady does it? So, jetzt kannst du deine Unterbrechung haben. Das ist mir scheißegal, wenn du da oben hinballern willst. Komm schon. Nein! Okay, wichtig, wichtig. Äh. Ich verkrümel mich. In Country. Wen schießt der denn? Oh, Mann! Nein, ist ein Zivilist getötet worden. Ach, weil er auf Bahn nicht schießen wollte und genau in der Schussrichtung oder in der Flugbahn war der Zivilist. Das ist natürlich bitter. Also. Wir starten erstmal wieder hier mit. Ja, komm. Schieß. Scharfschützen-Duell. Yes? I'm hurt bad. Geil. Hinlegen. Boah, vor allen Dingen der Waffenverkäufer ja hockt. Das ist natürlich auch nochmal richtig bitter. Wow, das ist wirklich dumm von mir. Das ist wirklich dumm. Ah! Kann man das eigentlich auch abbrechen noch? Easy. Fuck! Yes? So. Dann. Gute Oberkopf. Okay, er überlebt diesmal. Das ist mir... Aber egal. Das ist natürlich auch sehr ungeil, dass wir jetzt nur noch Präzisionsschützen übrig haben. Pay close attention to my form. That's one badass bitch! Can think she's on our side. What? Okay, so. Moving to position. So, dann versuchen wir den letzten hier noch rauszuholen. With certainty. Wow, das schaffen wir jetzt aber hundertprozentig. Sieht ihn irgendjemand von oben schon? Ne, nur Steroid. Let us see what the Lord in his wisdom has given us. I have good odds of hitting enemy. Keine Unterbrechung. Oh. Come on! Also, das mit der Unterbrechung, ich... Ich schreibe es mal gerne runter. Ich verstehe irgendwie nicht... Von was das abhängig ist. Äh, fuck. Fuck. Target locked. Oh, okay, der war wichtig. Nein, Munitionverbrauch. Oh, das gibt's doch nicht. Ich sollte sich arbeiten. Ich muss das arbeiten. Dieser wird vor mir fallen. Gott, verdammt, du bist zu hell! Raaaaa! Ja! 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 Ich bin interessiert am Trainen. Lali-Li-Li-Vehländer. Okay, wer willst du? Kaufst du Diamanten? Not buying! No, no! Trading! If you have diamonds, I have some very special items you may be interested in acquiring. You see, I have an innovative approach, which one day will become the future of commerce. I'm trading only in loot boxes. Oh, Beutetron? Oh, yes! A loot box is a box of mystery. Maybe you'll find a pile of treasure, or maybe you'll find a pair of dirty underwear. Who knows? Fun, right? No money involved? Just one tiny diamond buys you a box. Buy as many boxes as you like. Okay. Okay. Was hast du für ein Deal mit Pater Tokar? Oh, I'm glad you asked. You see, he pays about 600 per gem. If he resells them to the smugglers, they'd give him merely 400 per gem. That's why he makes a deal with my generous person for 900. Are you following me? With you so far. Then, he pays 100 more to Boss Blobair in exchange for protection against acts of God and whatnot. And keeps the remaining 200 for his church. Then, I sell the gems to the smugglers for only 400 a piece. Because they are my friends and everyone must make a profit. Hold up, Holmes. He lost me. The smugglers sell to the boss for 500 a piece, which he can pay because he's rich. He then resells all the gems to Adonis at 600 each, which they'll pay because they prefer to deal with the boss instead of all the small fish. Did you just say Adonis? Finally, Adonis pays me 600 as a broker's fee. And everyone is happy, because everyone gets their share. Simple, right? So, you're just using everyone to make money off of Adonis. Why not? They are the ones with the money. Wow, okay. Das, äh, muss man sich wahrscheinlich aufschreiben, um das zu verstehen. They used to control the diamond mines until the legion pushed them out. They must miss their diamonds, because lately they've been paying them off the black market in bulk. Nice people with deep pockets, who let everyone get their share. Okay, naja gut, wir haben ja mal kurz mit Adonis zusammengearbeitet. So, äh, verkaufen seine Beutetruhe. Happily! Just one tiny diamond per loot box. Don't have any? Go buy some from Father Tooker. Stimmt. Äh, wie kommen wir an Diamanten ran? You should go to my good friend Father Tooker in Labu. The holy man buys and sells diamonds to support his hobby of saving the souls of the needy. Which is good, because those poor buggers are damn needy. The father has strange ideas. But, he has good heart. And I'm proud to say that I'm contributing to his noble mission by helping him resell any gems he manages to find. Das Konzept ist mir immer noch nicht so ganz bewusst, aber okay. Äh, pass auf deine Nase auf. No need to get worked up, my friends. I can't help myself. My nose is specially designed for smelling useful information. Welche Informationen? Oh, I happen to know all sorts of things. If you would be kind enough to grant me a tiny diamond, trustee Ali will tell you a secret. What you say? Trade what's in my head for what's in your pocket. Okay. Irgendwas über Smiley. Ein winziger Diamant. Wir werden reich. Ach, wie werden wir reich? Ah, was ist der Sinn des Lebens? Okay, das kann ich aber auswählen. I know what's cooking. One tiny diamond for each recipe, my friends. Ah, ja, okay. Tschüss. Goodbye, my friend. Ja. Schöner Ausbeuter. Ich will gar nicht wissen, was in diesen Kisten drin ist. Wahrscheinlich wirklich nur Müll. Best price is in grand. Ach, guck mal, winziger Diamant. Das ist ja ein Zufall. Dass der exakt hier ist. Ähm. Ich ersetze übrigens mal die Dinger jetzt. Äh. Brauchen wir die? Äh. 15, 14. Schlechter. Und. Ne, brauchen wir nicht mehr. Hey, ganz ehrlich. Scheiß drauf. Wir lassen die hier einfach im Sektor liegen. So, Kampfmesser brauchen wir auch nicht mehr. Ich weiß übrigens nicht, was das mit diesem gebalanceden dir sein soll. Auf mein Weg. 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 Beziehungsweise. Exakt die gleichen. Molotovs. Für 800 kaufen? Nö. Das ist die Hose. Oh, der Missbrauchstäter. Ja. Den müssen wir übrigens auch gleich nochmal. Bye, bye. Got no friends? A gun will be your best friend. Come, friend. Best price is in the world. Very under. Eine doppelläufige Schrotze. So, den Missbrauchskollegen werden wir auch gleich nochmal machen. Modifizierte Auto 5. Eine Glock. MP5K. Schöner Mark. Muss man sagen. Full split. Hot spear. Äh, irgendeiner fehlt mir noch. Hm, beschädigter Saphir. Alter. MGL. Noch ein Diamant. Da können wir uns Informationen holen. Ähm. Ja. Geiles Teil. Fünf Schaden. Die machen halt wirklich sehr wenig Schaden. Das muss man einfach zugeben. Aber Steroid hat doch ein bisschen Platz in der Hose. Das brauchen wir übrigens auch nicht. Davon liegt in dem anderen Sektor schon immens viel rum. Kevlar-Rüstung. Äh. Äh. Und Barney kriegt mal noch eine Gasmaske. Und. Alter, ich bin einfach so überfüllt. Und Barry kriegt auch nochmal eine. Best Price is in Grand Gion. Best Price is in Grand Gion. Best Price is in Grand Gion. Messer kaufen brauchen wir nicht. Oh, das ist ein Jäger. Best Price is in Grand Gion. Awww. What's up with this thing? So, hier finden wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Stuff. Informationen. Flirt it up. Ja. Come on. Objects of unknown value. Dann einmal öffnen. Nein! Gerade noch gesehen, wie es rot wird. Äh. Ganz kurz mal heilen. Einfach nur, damit ich hier nicht einen kompletten Balken verliere und. Weird. I'm not used to being on the receiving end of medical care. Ähm. Michael here. Äh. Und keiner jetzt hier irgendwie einen kompletten Balken abgezogen bekommt, der operiert werden muss, operations gemacht werden muss. Ready to, ähm. Do stuff. Do stuff. Ähm. We're going, right? Ist da bestimmt irgendwas drinnen, oder? Let us look at that. Natürlich. An old radio. No, äh. More parts. Even more parts. So. Ja. Vorbeiter. Was? We are syndicate. We help people earn some money to feed their families. Ist hier etwa auch eine Mina? Können ja nicht nur Minen sein in diesem Spiel. Keep it in real. Who the fuck is... Wer ist denn das Syndikat jetzt wieder? Ja, ich hab's doch verstanden. Ja, aber wie kann ich denn mit dir arbeiten? Also... Interagieren. Ja, aber wie kann ich denn mit dir arbeiten? Also... Interagieren. Ich hab einfach keinen Platz mehr. Best Price is in Grand Géant! Hi. Hi. Hi, he's here. Sure. We'll get there. There is something unknowable here. Hi. Oh, my God. 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 Red. Ist Red. Hallo. Okay. Die Waffe brauchen wir... Brauchen wir nicht. Und hier... Wahrscheinlich einfach nur ein Alarmanlager. This door is fast as with lock and key. So, nochmal ein bisschen Technik. Ein bisschen Altmetall. Let's go. So. Zier Waffenschmuggler. Heading out. Na, komm. Hallo. 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 Please, do not detect. Okay. Also... Oh, es ruckelt gerade extrem. Hallo. Was ist denn jetzt los? What the fuck is denn los? Wichtig. Erster Mann. Erster Toter. Ähm... MD present. Ich denke, ich kann... You know... Get them. Mann, dass du einfach keinen... Keine Gratsbewegung hast, ist echt bitter. Ich weiß gerade nicht, warum es... Also, es ruckelt auch ingame. Ich weiß aber gerade überhaupt nicht, wieso. Good chance of me, ähm... Not missing. Was? Welchen Kollegen triffst du denn? Pretty good odds, I think. Eigenbeschuss. Damn, that hurts. Ach, dahinter. Einen der, äh, Dinge... Very under. Good position to shoot. Stop it off. Keep it in real. Watch me, Papa. Cap. Dude. Oh, fuck. Er lebt noch. Ah. Just hold still, damn you. Fuck. Alter, was? Oh, fuck. Oh, okay. Oh. Viele Lebenspunkte hat der Kollege. Ist ja Wahnsinn. Also, Barney ist durch mit dem ersten. michael hier schwer verletzt also du wirst ihn noch töten oder sehr gut ganz ganz wichtiger schuss ich könnte sehr gut durchkommen das problem ist ich sehe den letzten da nicht ich muss erst mal töten ob ich ihn sehe die treie aber ich glaube selbst wenn der einmal schießt ist das ok md present er geht natürlich genau die andere richtung ganz großartig so damit gehe ich hier komplett unverletzt durch den sektor ach so brauche ich auch nicht speichern monika sondergaard hier die das ist so jetzt sehr schön sehr schön sehr schön so damit sind die vergewaltiger sehr gerne für 1000 einmal fernbeziehung gibt treffsicherheit miss bands würde sich doch anbieten lesen ach so genau das machen wir aber würde ich sagen in der morgigen folge ich würde noch mal zu den kollegen hier hinten gehen und die ersten diamanten eintreten eintreten und dann gucken wir mal was er für informationen für uns hat ach so warte mal den müssen wir noch looten das ist der einzige den wir noch nicht haben okay halten wir mal gut dann meine damen und herren herzlichen dank bis morgen zur nächsten folge für bitte jagged lines 3 und wir können sagen flietown flietown gehört uns jetzt komplette mundo perfekt alter wir haben einfach viertel millionen schon auf dem konto also wenn jetzt nicht diese angriffe von diesen ich weiß nicht wer das hier ist äh spezialkommandos gekommen wären dann hätte ich tatsächlich jetzt alles in der ersten halbinsel eingenommen aber so nicht naja egal gut tschüss bis morgen tschüss